Hallo zusammen Guck mal her hier Wittest du jetzt mal landen? Ist ja unglaublich Hast du die verkehrte Taste gedrückt und damit Freigelassen, das war so nicht geplant So, wo ist unser Koko? Da ist unser Koko Jawohl, frisst sie nochmal satt? Vielleicht gibts nichts mehr Ist das ein Monster Das war bloß so ein Low Level Aber wir wollen es ja wenigstens mal ausprobiert haben, ne? Gehts mir ja auch Oh Ich bin da nie im Fliegen Hier rein Ab in die Taming Box Gehts Gehts so beim letzten mal haben wir den irgendwie keine ahnung gefüllt oder irgendwas ich weiß es nicht dass das war auswählen gehabt ja aber gesundheit so viel wie ich dachte mir erst gedacht er ist thema oder so das ist ja auch quatsch das so einzubauen wir haben wir mäßig geil aus jetzt mal wie groß das wie geht es Hallo. Bewusstlos. So. Da du bewusstlos bist, müssen wir dich hier mal was füttern, ey. Hammel. Wieder von der Aus der Frist. Ne. So. Seh mal, wo du füllst. Genau. Hier ist das Ding. Nein. Dino. Suchus. Dino. Komm mal. Dino. Jetzt hast du den Gewerling. Hält noch. Dino. Da würde ich einfach mal alles öffnen. Also, zum Beispiel, der Manta-Sattel ist, das ist ein Quatsch. Nen mal im Manta-Sattel so früh. Und das ist ganz so. Die Rittiger sind so scheiß empfehlig. Öl. Silosaurus. Später auch noch. Hesio, haben wir nicht. Silosaurus haben wir auch noch nicht. Rezi haben wir nicht. Hopkolem. Auch noch nicht. Netz, Muttschuss. Konto. Wieder klingt der hier noch. Das geht langsam runter. Mhm. Mhm. Bringen wir mal unser Spitz wieder hoch. Ja. 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 ab hier haben wir was graue Suppe, die haben wir alles das da rein, das da rein Axt nehmen wir mal auf und da, die kommt rein da das noch rein da so bitte auch mal kurz raus dann gehen wir endlich ins kalte und das kann gerade eben so viel essen das ist eigentlich mit der Gesundheit und dem Schneck das nochmal ein bisschen laufen lassen dann nehme ich mal fest die 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 Es stecken schon los. Aber dann heben wir die Hygiene. Redet erst mal gesund, ihr drei. Seht nicht aus. Oh. Ist ja schon gut. Fertig. Groß dieses Monster ist. Und wie geil das ausschaut. Toll kontrolliert. Toll arbeit. Das sind Monster. Ein Legel. Einmal Mund drinnen. Ob man den dann so reiten kann. Oder? So. Hallo. Nein. Ja. Schrift wieder ausschalten. Jetzt. Und lips. Ja. 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 Und ich hätte da vor. Ja. 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 Aber für jede Schnecke noch, dann sind die voll, dann müssen wir uns erst eine ganze Weile Ewigkeit nicht mehr drum kümmern. Fällt mir ganz gut. Wenn wir mal noch ein bisschen zündiges Pulver einwerfen. Es wird gerade Nacht. Was? 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 Ich weiß nicht, warum ich das mache, ich mach's einfach. Ist so geil, dass der hier auch Polymer absurde, vielleicht sollte man sich da auch ein paar Stecken, wegen dem Polymer. Ich weiß, da gibt's Leute, die machen das mit Bingo, die machen eine Schlachtanstalt, etc. Aber das ist nicht bei ... nicht der Sinn und Zweck, den ich dabei sehe. Okay, dann geh ich lieber mal farmen und auch mal wieder raus aus der Küche. Das würde ich sagen, dass der Hitze ... also ganz wild ... also das Ding jetzt geht gar nicht runter. So, wie nennt man dich denn dann? Weiblich, weiblich. Julien. Wie ist Julien da? Und zwar sind die Klammern neben den Sargursstellen, irgendein größenverhältnis ab. Wortalkaran für die Looks von mir ... Mö, Danna ... danna klingt auf! Nimm mal Danna ... Ganz leicht sich gefühlt. Hallo Dana, ich grüße dich. Hier ist der für einen Sattel. Also bis wir später irgendwie gehen. Bis später da wahrscheinlich der Sattel kommt. Ist das nicht los. Ist das nicht los? Riesen Koko. Schaut euch das Vieh an. Das ist ja 3 Basel groß. Wenn das reicht. Noch mal auf geht. Schmeiß den immer mit raus. Schaut euch mal das Größenverhältnis an. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Und die Futterrange geht bis da rüber. Da kommst du mal rüber. Schnell. Der Unterfall. Ein Monster. Ein wirkliches Monster. Wahnsinn. Den gefällt mir. Ist aber der absolute Wahnsinn. Schnell. Ja. Sattelschmiede. Seid die Karton. Ist irgendwas mit. Ja. Dein, dein. ist das was ich denke. Ist das was ich denke. Schnell. Ja. Aufgepasst. Ja. Zuhergestellt. Ist da auch nichts drin. Ich kann nicht. Ich kann nicht mit dem Tag bleiben. Ist auch nichts drin. Da brauchen wir 200 Basern. Vielen Dank. Guck mal, ob ich es da irgendwie ausrüsten könnte. Zählen, jetzt ist der satt. Schaut es euch einfach mal die Größe an. Was ist das? Zählen. Zählen. Muss man auch mal bei Dark Mark. Der Sattel war jetzt aber relativ... ...so nimmt. ...wischen, weil... ...dankeschön. Aber wir haben noch mal ein Level abgesetzt... ...dankeschön. ...zu euch sag ich auch Dankeschön, dass ihr so... ...grabbert. ...eines Spielzeug. Wir haben auch neues Spielzeug. 5 und 7 Prozent. Jetzt sind wir beim nächsten Mal weiter. Danke euch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ...